Wir stehen hier gerade vor dem königlichen Schloss in Stockholm. Hinter mir sieht man eine Wache in etwas altbewährter Uniform. Vergangene Zeiten. Die Haube, das haben die Schweden hier noch an vor dem Schloss. Und was hier neben mir ist, das ist eher die Jetztzeit. Das sind dann wohl Merkelsteine auf schwedische Art. Etwas hübscher, aber leider für ähnliche Zwecke mutmaßlich.